Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Tay 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 Hier bei uns auf dem Konfi Kanal Nächste Runde gleich Leute Diesmal auf einer neuen Map, die wir glaube ich im Let's Play noch gar nicht hatten Traitorville Die haben wir schon total vergessen bei so vielen neuen Maps, die wir haben Und Sam geht mir ganz schön auf den Arsch, während er in meiner Anmut einfach rumschießt Hier gibt es auch wieder einen ganz tollen, ganz tollen Bereich, wo man in den Wasser reinspringen kann und dann stirbt Sam will nämlich immer Ausmerksamkeit Berlin Bernberg Nevermind, Damit er später sagen kann Mama Ich bin auf YouTube Ich gebe es ein Moment Ich warum schaff die Der war ja so allein das war es Abend dazu und da kenne ich wieder sein bis dann gleich weg oder man wusste nur ja nicht angeblich ich muss nur in der Nähe für schon Prozent war auch gerne Spaß Koba hat den Berni gemacht er hätte da kann man nicht erkenne ich runterfallen ich habe mich irgendwie mit einer Bank und Tisch da rein sie irgendwann hat ein Tag aber er die Prozent Koba hat Fallschaden bekommen ich habe keinen Fallschaden oder aber er hat es hat doch gesagt er hat Fallschaden bekommen er hat und er ist nicht von Hat er nicht. Ich dachte, das war Standort, Bernie. Weil ich den gerade gesehen hatte und das Fallgeräusch in meiner Nähe war. Hier liegt aber sogar Blut. Ja, Kopa hat sich da irgendwie zwischen die Bank reingebuckt. Ja, zwischen Bank und Tischen, aber es hat mich erstmal Half-Life genommen. Also 53, Half-Life 3, confirmed. Daniel, nein, ich hab ihn. Ja, warte, ich identifiziere Junge. Traitor? Hast du zufällig eine Health Station oder sowas? Warte mal. Warte, Junge. Ja, war der hier. Ja, war der. Oh, warte, da steht jemand. Da war jemand. Kopa hast du. Oh, oh, hi. Geh mal weg, Kopa hier. Kopa? Wo ist das? Wieso? Dankeschön. Kopa. Kopa. Das ist doch Kopa. Ja. So, ich bleib mal hier, ne? Ja, wir müssen das Ding mal bewachen, weil Kopa ist ja auch schon gewundert. Ja. Nicht, dass das sich voll heilt. Ja. Ich guck mal hier so in die Ecke ein bisschen. Immer so in Höherweite bleiben davon. Oh, die Mucke ist geil. Jo. Oh Gott, ne? Ich dachte, du wärst Kopa gerade gewesen, Sam. Oh. Zum Glück nicht. Die gleiche Waffe. Äh. Oh, fuck. Ah, scheiße. Bernie, warum... Boah, es war ärgerlich. Du hast doch gesagt, dass Kopa ist. Oder? Ja, das ist einfach so gesagt. Boah, das war ärgerlich. Aber du, warum bist du dann voll an Kopa vorbeigelaufen? Mir hat nur noch einen Schuss gefehlt, ey, um den zu töten. Kopa ist voll an dir vorbeigelaufen und du bist an ihm vorbeigelaufen und du hast deine Maus gar nicht gesehen. Das war auch schon richtig los. Als wenn du im Traitor-Menü warst, sah das aus. Kann ich durch die Wand nicht die Ding so... Ah, ja. Schön. Hallo, Sub. Ja und Sub, das Sub sich nicht umgedreht hat, weil ich gekillt wurde. Das hat mich ein bisschen gewundert. Na, der hat sie auch mitbekommen. Ich hab mich doch dann umgedreht. Ja, der hat sich doch umgedreht. Und das war, ey, mir hat noch einen Schuss gefehlt und genau dann musste ich nachladen. Ah. Ey, Jungs, ne, dass irgendeiner von uns drei hier gerade ein Traitor war. Die Möglichkeit besteht. Sub ist nicht Detective. Oh, jetzt bin ich der Traitor, ey. Boah, hier gibt's die Dusche. Goll. Ich hab so ein secret room gefunden mit einer Dusche. Und ein Klo mit... Ah, wie auf Bunga los. Das ist euer Ernst. Die Map ist zwar ein bisschen... Die Map ist zwar ein bisschen... Im Radio, wie läuft. Verkehr. Hm? Was läuft da? Ey, du musst mal hier hinten herkommen, Jung. Wo bist denn du? Hier. Warte, wo bist du? Bist du das da? Ne, Daniel. Jung, ja, hier hinten. Geh mal da in den Raum rein, ey. Da ist richtig geile Mucke da drin. Aber, Daniel, läufst du in der Mitte mit der Schatten? Geh mal geschützt. Hallo, Daniel, läufst du da mal nicht? Ach so, ja, die! Voll geile Mucke, ey. Stimmt! Moment mal, sag mal eben ruhig. Hör mal jetzt. Welchen Teil vom Maul halten? Da! Ja! Der Anfang von dem Lied hört sich nämlich so an, meiner Meinung nach, wie der Eiswagen in White City. Kann gut sein, ne? Es geht in die Richtung. Da, 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 da. Also, der Anfang hört sich wirklich für mich fast haargenau an, so, ey. Ich finde, der hat schon sehr viele Ähnlichkeiten. Lol! Wer hängt denn so'n Film auf? Was ist das für ein Film auf? Mario. Das ist ein Peil hier. Mario. Da ist einer gestorben. Irgendwo bei mir in der Nähe. Was soll denn da? Das wollte ich nicht. Der war so ein Detektiv. Das wollte ich nicht. Alles gut, Kupa. Hintenbremst. Ich hab ganz schön gefeit bei Bernie. Ich wollte ihm einen Headshot geben mit der Shot, die aber war ganz schön gefeit. Wow, was gehst du hinter mich, Rafa? Ich bin halt einmal rumgelaufen, damit ich nicht... Ja, hättest du auch vor mir lang gehen können, nicht hinter mir. Ja, richtig. Da ist er hinten. Ja, komm. Da kommen sie alle, ey. Ja, es ist ab, dass es. Ja, das ist gut. Fack, 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 fack. Bam, was ist das, Alter? Teamwork! Hab ich den Forrest Gump gemacht und ihn runtergeschrieben? Ja, Sub, was wollte ich sagen? Das ist denn der Mutter gefickt. Fresse. Sag der richtige, Kupa. Sag der richtige, Kupa. Ach, ne Cloaking. Hm, naja. Ja, anders kann ich mir nicht mehr helfen, weil ich hab noch elf life. Sub hat mir den Arsch gerettet und dann hab ich ihn wie in den Arsch gerettet. Das war ein richtig geiles Teamwork. Das wär echt schade, wenn wir die Runde nicht gewinnen würden, ey. Aber mit elf life wird das echt schwer. Deswegen muss ich jetzt die Macht der Überraschung noxen. Alter. Wie Daniel singt, weil er Angst hat, sich zu erschrecken. Daniel macht wahrscheinlich den Daniel Lesnar. Oder bist du da hinten im Hab? Da kann sogar ich sein, da war ich doch gerade. Wer weiß? Ne, du bist nicht da hinten. Bin ich nicht? Bist definitiv nicht da in dem Haus. bin ich nicht mir relativ sicher ist das ist das doch da bin ich gerade weggegangen ich habe aber auch nicht gut hochgezählt scheiße aber es hat zwei shotgun schüsse wie viel leben was dann ist sieben aber wenn ich gar nicht in dem Moment echt lieber gewesen er habe ich mir egal aber gefällt mir ist immer die Muni ausgegangen und beide Gegner waren und dann immer nur die der Füße mit dem Coat in die Weißruhe okay das ist der Nachteil an der Galien das ist ich ich habe immer einen guten Ende hause ich ganz gut runter und dann sind sie in der von dann muss ich nachladen und das war uns hat und ich echt geil gespielt uns gegen sich gleich in den Arsch gehalten als Trailer da habe ich noch mal ordentlich richtig einen reingedrückt glaube ich ja und ich bin dann runtergesprungen habe Cooper dann gekillt im Forest Gumpster aber es hatte schon seinen Grund dass Mario dahin eingelegt hat und zwei Innocent in der Nähe worden deswegen bin ich auch da gleich geblieben ja ich das war ein bisschen wie gesagt ich wollte Bernie mit einem Schuss mit der Schotty weghauen aber es hat leider nicht gekillt und als du dann sagtest warum bist du nicht vor mir längst gelaufen dachte ich mich schon so ja ne direkt vor deiner Schrotze will ich nicht so gerne stehen oh warte mal ich bin grad auf Kami juckt das Auge oh Kami juckt das Auge nimm es raus ja aber wie die machen oder was durch der das Auge einfach wieder reindrückt hallo ah mein Handjuckt uah die Mucke hier bin ich hier alter die hast den Kissen okay ich mach gar nicht hier gibts ja noch den richtigen Untergrund w rel Das indies wo bin ich denn gerade frag ich mich auch wo ich grad bin ähm gröken cabelstapler іс ich hab'n gabelstabelschein ey lass mich fahren nö nen 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 ө ich hab'n vier отлич sind links gede b Wow die kann man nicht avaitordnung nö Oh scheiße Oh diesmal ins elektrofeld spring? Aber ich glaube, da wäre mein Traitor-Kollege nicht so erfreut. Oh, Leuch! Hi, Bernie! Bist ein Kaktus bestimmt Schaden bekommen, ey. Bernie versteckt sich im Schacht. Bernie versteckt sich da drin im Schacht, also alles cool. Ja, ich hab mich auch im Schacht versteckt. Mein Auge juckt schon wieder, ey. Nimm's raus. Hi, Daniel. Hi, Daniel. Hi, Daniel. Oh, 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 oh. Kann ich jetzt nicht hier endlich mal rausnehmen? Oh, ja, okay. Gibt's hier Waffen? Hä, wo? Ja. Ne? Merkst du selbst. Wo bist du denn? Oh, jetzt weiß ich immer noch nicht. Bist du, bist du unsichtbar? Nein, bin ich nicht. War direkt neben dir. Hä? Ich hab mich umgedreht und war's dann nicht. Ja, weil ich einfach nicht weggelaufen bin. Bei der Smoke bin ich in der Nähe. Komm mal her, hier. Bei der Smoke. Dahinter. Bei den Kisten kommt ein Geräusch raus. Aus den Kisten. Ja, kannst ja. Oh, wer ist das denn? Ich. Hier ist Sack also. Ja, okay. Ich geh dann weg, ne? Das war Nase jucken, ne? Wow, wer ist da noch da? Daniel. Hab ihn. Das war ziemlich schnubi, Daniel. Aus Westes und war das bei, war Moment, ich komme da in dein Raum, weil ich nicht die Holzer, war dich geholzert. Was willst du denn? Was willst du denn? Dann greif mal dich ja no peace up. Ich seh den nicht. Ach, du hast ihn schon konfirmt. Hier oben. Ja, du hast ihn schon konfirmt. Alles gut. Und Chris aber wenigstens die Disco da in den Raum. Bin schon weg. Warum sagt Daniel denn Bernie ist im Schacht und du bist im Schacht? Ey Jungs, ne, ich bin der Kanalisation. Ja, da war ich vorhin auch. Die kannte ich noch gar nicht. Ich auch nicht. What the fuck? Da war ich schon mehr mal. Hä? Hier ist eine Tür? Ja, ja, da sind mehrere Türen. Da kommst du dann wieder in den Lagerraum mit dem Gabelstapler da hinten. Mit dem Gabelstapler? Ja, da bin ich wahrscheinlich hergekommen. Ja, das kann auch sein. Hi Mario. Hi. Wie bist denn du? Ach ne, ich bin durch eine andere Tür. Alter, okay, ich hab... Ja, das hab ich ja eh geproven. Wie es im Leben so ist. Hä? Oh, hier kann man rauf? Ja. Lol, was ist das denn hier für ein Schottkampf? Schottkampf versteckt. Warum bist du denn so hinter mir? Einfach so. Einfach um dich zu her? Wieso hast du noch nichts? Ja? Ja. Ja. Ja, ich hab aber... Respekt sollte man auch immer haben in dem Spür, da kann er auch sein, dass du deinen Schellerkollegen weggeknallt hast. Oder er hätte ich glaube ich nicht angeschossen aus hier Beef. Ne, so, so. Oh, 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 hallo, Kaufer. Das sind die Säger. Oh, ja, toll, da wollte ich gerade rausgehen. Ty, ey. Oh, so schlimm, dass ich dir die Mühe gegeben hab, an die Tür zu öffeln. Okay, das stimmt. Ich bin ganz böse. Alles ab ist das. Heiß ab. Au! Hehehe, ja. Hi, Jun. Hä? Der ist da oben im Haus da, Rafa. Falsche, falsche Richtung. Das da, da aufs Pfanzer, guckt der. Okay, aber da, dann geh ich mal kurz hin. Nein. Ich, das Haus gehst du nicht mehr. mit der denn so gut geben der schluss und nicht so hoch zu tun mit dem er war schon übertreiben schulden für finuten ja okay wenn es schon tut kurs zu tun noch so ein aber er hat mit Geld geschrotzen und dann war ich hör das doch das Mikrofon nachher habe ich doch noch wieder gesehen ich hab gedacht ich kann Koopa wieder weglaufen wie bei Amsterville mit dem Cloaking das hat mich an die Situation erinnert das hat mich ziemlich abgefuckt, dass ich gegen viele dann alleine spielen musste und ich hab die Leiche von deinen extra versteckt, dass du nicht an die Punkte kommst so ist es immer mitgeschmückt ja was soll ich machen aber unglücklich, dass du mit der Schrotze einen Headshot gegeben hast oder Luck, eins von den beiden nein, bei anderen Leuten, wenn die dir immer was geben, ist das Luck du greifst ihn im Schacht an, das ist doch nicht so schwer dir dann einen Headshot zu geben schau auf unsere Punktetabelle ich hab gedacht, du hast doch gesagt, Bernie ist im Schacht ja, war er auch, aber der ist dann weg gewesen dann mach doch nicht Sub weg, Bernie hättest du wegmachen können, der hätte doch nicht gesagt, dass du auf den schießt glaub ich dann steht er nicht so schnell nicht ja das stimmt äh er lernt dazu ja stimmt aber wenn ihr ihm auch nicht gesagt, dass ich ihn weggemacht habe, weil Bernie auf ihn ich hab nur im Kreis, oh, the fuck ich hab mich nämlich das Geistkupe mhm kam mich darauf aar da war ich schon wieder fuck Cloing dir weiß, ey, boah, jetzt muss ich davor gucken, schיב ich auf den ja, ich bin dir dann wieder entgegengekommeln, weil die Zeit wurde knackt, ich hab gedacht, weglaufen bringt nicht sicher noch drei live oder so da kommt mir bern hingegen wieder mal wer nicht weg da ich will es fast wegschießen ich hätte ich jetzt mit dem fass killen können wenn ich mal ihm anmerken liegt eine leiche auf der straße ein koffer mit welcher waffe ich bin schon weiter gelaufen ja geh wieder zurück kannst du nicht weiter nachgucken in der taten der liste mit einem sniper bernie du hattest gerade du hattest gerade ein sniper in der hand soll ich hin soll ich hin warte ich lege sie hier was wo ist der sniper wird er aufgenommen ja und er kann er hat er kann Muni aufgesammelt haben er hat sich das aber am Boden verschwunden er ist absolut nicht das hat und bernie guber ist tot und ich bin nicht gut also was ich habe gehört ob er nie was bei Kuba in der Nähe und Sapa Kuba umgelegt aber nicht dich ich bin schon weiter gelaufen ja labern nicht du bist das wer lebt denn noch ja ist das nicht Daniel ist ihm gerade an mir vorbeigelaufen ich glaube nicht dass das Daniel ist jetzt muss ich deinen Arsch ficken so ich habe Ernie Nice guck ich bin schon weiter gelaufen ja mhm ja mhm hat sein Traitor partner gekriegt als wenn SUP 2 Innocenter angreift die aufm Fleck stehen ein Traitor partner labert doch kein Bullshit ist sowieso da deine Mutter ist so dass Kuba doch umgelegt ne natürlich Daniel pass auf SUP ist das ne Ich bin auch hinter dir ja ok Wollen wir hier lang, oder? Ja, komm. Benny hat hier nämlich schon mit dem Snipern am blauen. Ist der... Oh, ist so tot. Wird gelaufen. Ich wollte schon gerade mal ein, ey. Ey, wer von euch hat mir den Headshot gegeben? Benny. Benny, sonst... Der hat nämlich auch den Snipern. Der hat Muni aufgesammelt. Der ist nicht der Penne. Nein, der ist auch los. Mann, ich hätte... Ich hätte Benny... Erledigen können, wenn man das Zeichen gegeben. War mir noch nämlich noch unsicher. Ja, du hättest ja machen können, aber ich habe... Ich habe halt... Ich habe dir gesagt, was ich gesehen habe. Ich habe gesehen, dass der eine Waffe in der Hand hält. Ich gebe... Was ist los, hat? Sie schreckt die Waffe, finde ich die Schwester und hebt da um die andere auf. Ich habe schon gedacht, du bist gekommen oder so. Das ist die Jungs hier, ne? Was auch? Auf der Kiste kommt Musik raus. Boah, Alter, oh, jetzt habe ich gegen meinen Auge, ey. Auf der Kiste hier auf der Straße kommt Musik raus. Ja, ich weiß, das habe ich auch gehört. Ist vielleicht ein Monster drin, schieß mal kaputt. Habe ich schon eben versucht, gegen den. Leu, ist die gerade kaputt? Leu, bei mir ist das letzte Mal nicht kaputt. Voll jetzt Mucke weg. Mann. Hier, liebe Zuschauer, ist so ein Elektro-Fan, wenn wir da reinfallen würden, wären wir tot. Kannst ja mal reinspringen, dann kann ich es den Zuschauern zeigen, von nach außen, Cam. Aber da war nö. Na, Daniel, Daniel, gebt nen Fick auf euch. Ey, ich habe einen Gabelstapler gefunden. Wow. Ist so viele Gabelstapler. Fast erwischt das Fass. Stimmt wieder jung, ey. Nein, ich habe... What the fuck? Ich war nicht mal in deiner Nähe, es Sub war bei mir. Boah, Fick dich, Rafa, ey. Ich mach dich weg. Du hast eben das Fass gekillt, also. Ja, aber da habe ich Benni so gesagt, dass ich das Fass gekillt will. Ich hätte so etwas sehen können, weil ich aus der anderen Richtung komme. Ich habe mich so geprovet, Alter. Wie so ein Mofo. Rafa, wie schwer gegen mich hetzt? Nee, Rafa ist das. Hetzt immer. Wenn er Rafa gegen mich hetzt, ist er das immer. Hey, Daniel, ey, ich habe gerade... What the fuck? Ich wollte mich gerade... Ich habe mir einen automatischen Sniper geholt, habe mich gerade aufs Dach gestellt. Ich wollte gerade echt anfangen, alle wegzusnipen. Und jetzt habe ich erst gesehen, dass ich innocent bin. Nice. WTF? Ich war so hart überzeugt davon, dass ich Traitor bin. Good job. Ich will einfach alle wegsnipen. Ich bin einfach geil hier gerade. Ich war gestern auch hart. Hey, Daniel. Du warst gestern hart, das ist aber nicht so cool, wenn man selber hart ist. Oder warst du hart zu deinem Gegenüber? Kommt drauf an. Soll ich denjenigen mal fragen, Kopa? War er hart zu dir? Ja, mein Gott. Ja. Kannst du ehrlich sein, Kopa. Ja, ist ja. Ja, aber... Hab einmal durchgenudelt. Ja, Rafa, genau. Rafa muss wieder übertreiben. Aber Norme. Ach ja, wir setzen uns jetzt bei Geld, wie wir sind. Und zwar, äh, geil. das war was das ist dann tolerieren so bringt da ist was explodiert jetzt sag doch mal Bescheid davor ich hätte mich schon wieder fast entwischt dann nimm das billigend in Kauf weil er hofft, dass jemand reinläuft ich glaube auch, dass da ein Traitor ist ok, deine ist kill und side du bist detective? nö, dann trotzdem dann gebe ich da leider einen feuchten Dreck drauf oh, hier wurde in meiner Nähe einer erschossen glaub ich dann war ich nicht ja hier ist einer bei mir hier ist einer bei mir Rafa warte, ich kann ihn nicht sehen, Bernie liebts noch? ja, Bernie wurde Leute, einer war, wer hat gerade eine Tür aufgemacht Kuba liebst du noch? Rafa? ja, sub Daniel? alle leben noch alle leben noch hier wurde gerade ein Schuss in Schuss geschossen und hier so kann einer gestorben aber wir reden alle noch also Mario steht wohl hallo verpiss dich ach, du bist detective, das ist ok ich dachte, du hast eine Leiche gesehen hast du gar nicht ein Schutti geschossen, Bernie? ja, schon, ich habe das fand ich habe eine Leiche ich habe einen Sterben hören, habe ich gesagt nicht eine Leiche gesehen sub sub Daniel Daniel gesehen Daniel ich glaube, ich habe irgendjemanden sterben, da liegt der WhatsApp ah, Daniel ok Kuba, bist du innocent? dann ist das Rafa das nicht, what the fuck naja, natürlich bist du das, du miese Hure ah, du bist jung Daniel und Rafa, ja alles gut Kuba, ja Kuba schießt auch gar nicht auf mich, Rafa ist das ich trau dir jetzt mal, Herr Kuba ja, die müssen jetzt arbeiten ich trau dir auch mal, ausnahmsweise ich habe Daniel noch gesehen aus dem Fenster raus und dann ist er jetzt schon weg Bernie, das nächste Mal sagst du Bescheid, wenn du bei mir die Leiche kaputt hast oh fuck, geh erst unter mir hm? was? Bernie, wir müssen jetzt arbeiten Bernie Daniel ist hier, Bernie Bernie, der ist hinten Headshot vorhin war es ein HP, jetzt sind es noch zwei HP Mensch, Daniel ist aber echt inkompetent heute Bernie ist der da? wo? nee schieß jetzt nicht, ich komm ich habe Daniel gekillt Rafa war bei Kuba in der Nähe das ist rechts von uns da beim Gebäude gewesen warte ja, ich warte Bernie das war richtig es war wichtig dass ich dich Leute, ist hier unten Bernie, bei der Tür wo du reingekommen bist der kommt gleich die Schvecklere der Lski oh Leute, beide customizable !」 ja, das war mal da einfach sooo Jaxx Morin, Daniel ist mir schon ne ganze Zeit so aufm Arsch gegangen diesmal war es Lack, weil ich gspray habe aber ich hatte auch noch zwei HP ey bei Daniel war es kein Lack, da war es nicht Sowjet weil Daniel stand ja Mann, das war meine Granate. Ich guck mich die ganze Zeit um und so. Und genau in dem Moment, wo ich in die andere Richtung schaue, steht Radfahrt hinter mir. Ja, aber auch genau in dem Moment, wo ich dann weggeguckt hab, weißt du? Ja. Ich hab die ganze Zeit zu dir geguckt mit. Und genau in dem Moment, wo ich zu Bernie gehe, läuft bei dir. Ja, das war echt nett. Hier, hörst du das? Du kannst doch Y-City, oder? Ja. Hab ich doch eben schon gesagt, dass... Also, falls ihr Y-City noch nicht kennt, schämt euch und schaut mein Let's Play auf. Und guck, Koopas Y-City, Let's Play. Wenn man selber einwärmung machen muss, ist das echt ein bisschen erbärmig. Nimm mich in Kauf. Nimm mich in Kauf. Na, nicht so erbärmlich ist es, wenn ihr mal bei Yvonne in 2 reinschaut. Oder, äh, wer auf Fantasy-Roleplay steht oder auf Reunenspieler allgemein, der sollte vielleicht mal bei Risen reingucken. Läuft bei uns auch, also wir haben eine Vielfalt an Projekten, ne? Muss man ja schon mal sagen. Können auch mal bei TTT. Ach, ne, ihr könnt auch mal bei CDT rein. Falls auch gute Multiplätze, äh... Guckt einfach alles und guckt auch, was sonst kommt. Schaut Formel 1. Schaut WWE. Genau, guckt, was in Zukunft kommt. Schaut Tele-Kitty Online. Schaut Tele-Kitty Online. Äh, weggehen, Rafa, das ist ne Incendary. Äh, ich merke das schon. Er kann man die Melonen verschießen. Ja, wow. Hat sogar richtig Physik. Und vor allem guckt die TTT-Parts mit Gronkh, die sind großartig. Die TTT-Parts mit Gronkh sind weltklasse. Ja. Aber wenn ihr sie nicht findet, ihr müsst einfach nur das Passwort Super Dragon eingeben. Super Dragon. Ja, ich möchte hier eigentlich auch gerne lang. Okay. Nice. Aber du darfst gerne hinter mir laufen. Naja. Finde ich so gut. Wenn ihr die Folge nicht findet, dann müsst ihr nur das Passwort angeben. Genau. Super Dragon. Super Dragon. Super Dragon. Jetzt müssen wir die Folge sehen. Man soll doch keine Catchphrases klauen. Wieso geklaut? Pff. So, also das war ich da eiskalt. Die gehören jetzt mir also. Wem gehörten diese Catchphrase? Der gehört zu wollen nicht. Oder darf ich auch nicht John Cena's Sucks Ring, weil das dem ganzen WW-Universum gehörte? Ja nicht, der steht vom Trailerraum und guckt mir das Sniper auf der Straße. Saps, 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 saps. Hey, ich bin auch eben auch hochgekommen. Jetzt nicht hoch. Ach, wie leid. Egal. Sonst wird von hinten geraped. Hab ich Stammler gefunden. Nope. Doch, hab ich. Oh mein Gott, oh mein Gott, fuck. Ja, da schießt er schon auf mich, der Wichse. Ja, was, wie, wo? Seinen Namen nicht gesehen. Lass mich mal ausreden. Noch, noch am Leben? Ja, sonst würde ich nicht mit dir reden. Wer war denn weiter? Ja, nie ist es. Im Schacht, also da in diesem Gebäude, wo man in diesem eingeschlossenen Raum ist, da gibt es so ein Bürogebäude über den Schacht, dass da jemand auf mich zugegangen ist. Bernie ist einer. Hm. Okay. Der stand eine ganze Zeit vom Traitorraum und auf einmal ist er weg. Oh. Da würde er in den Traitorraum gegangen sein. Oh, hallo, ist er. Raffa. Na, Bernie wehrt sich auch nicht mehr. Weil ich ihn ertappt habe. Das macht er nie, ey. Gucken, wann er rauskommt. Oder gibt es noch einen anderen? Da war gerade einer, der... Ah, da ist er! Hab ihn! Wer denn? Ah, jung. Okay, dann noch Bernie. Ich guck mal auf den Traitorraum, ne? Äh, da gibt es verschieden... Da gibt es zwei Teleporter in dem Traitorraum. Ach so, okay. Das ist dann natürlich, äh, ein bisschen... Ich weiß, wo die hinführen, aber ich weiß nicht, wo die... Der hat halt Kopa vor mein Auge weggeschossen. Die ganze Kackflaschen, ne? Wow, in meine Richtung wird gestern halt fort. Oh, bist du? Ich muss irgendwo beim... Auf der Straße beim... Ach ne, da im Fenster. Im Fenster, nice. In welchem Fenster? Irgendwo... Hallo Daniel. Ja. Nein, irgendwo hier in dem Haus, glaube ich, so. Und irgendwo in die Richtung. Ich necke ihn ja. Ich krieg ihn. Was? Irgendwo aus der Richtung kam sie, was aber auch nicht wo. Oh, ich hab ihn. Ach, du hast in dem Gebäude. Aber ich hab ihn noch nicht tot. Erst oben hat er aus dem Fenster rausgeguckt. Da schaut er eben ne Waffe raus. What? Was? Oh, nee, ey. Ich bin ja kein Trader. Ich brauche einen. Ich brauche ihn ja nicht vor allem. Oh Gott, wir müssen erst schon die Wand. Oh. Brrr. Jawoll. Headshot des Todes von Bernie. Ja. No Scope hat er den Event weggeknallt. Ja, war gut. Das muss ihn ihm lassen. Aber im Event sollte man nicht gehen, ey, weil da wird man dann echt gekillt, ey. Weil Daniel konnte auf mich schießen, obwohl ich schon längst Daniel nicht mehr sehen konnte. nicht Lasertag. Och, ich will die mal spielen. Zack auf ey, wer hat gewonnen? Nein, die ist scheiße. Daniel hat mit 40 Punkten gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich wollte eigentlich nur einen tippen.